So, Whateverland! Jawohl, weiter geht's. Ich habe das Gefühl, wir könnten mit dieser Folge fertig werden. Und das probieren wir jetzt natürlich auch aus. Uns fehlt nur noch ein Teil des Zauberspruchs. Und das finden wir, das, den, der Zauberspruch, finden wir im Casino natürlich. So, wir haben alle Teile. Das war ja die Voraussetzung. Und wir sind der zweitbeste Bill & Bone Spieler in Guns What I've All Land. Also, kann ja eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Probieren wir es. Ich habe die Teile. Oh, Achtung, nach dieser Aktion gibt es kein Zurück mehr. Tatsächlich, das sieht aus, als ob das Finale naht. Und entweder das wird jetzt eine sehr kurze Episode, oder wir spruggeln noch ein bisschen. Aber schauen wir jetzt erst mal, was passiert. Oh, das war aber blöd geschnitten. Soll das eine Beleidigung oder ein Kompliment sein? Und du bist genau das, was ich erwartet habe. Was hast du denn erwartet? Ich nehme mal das erste. Das erleichtert mich sehr. Ich habe in letzter Zeit viel zu viel geredet. Und ja, da hat er recht, natürlich. Bist du immer so ernst? Gut, ich auch. Aber ich nehme mal das zweite. Bist du immer so ernst? Bist du immer so ernst? All right, so... Bist du hier? Bist du mein Stück von Beatrice? Und ich weiß auch, dass du bereits hast die resten. Bist du das richtig? Bist du hast überall, oder? Bist du das? Bist du hier? Hier ist mein Offer. Wir spielen gegen uns. Wer gewinnen, wird alle sieben Stück. Und er sagt, wie klingt das so? Wie war das fair? I've been doing God knows what to get these, and you only have one. Haven't you heard? Life's not fair. It's all or nothing. All right, tough guy. Let's play. Dann schauen wir mal, wie das Spielfeld aussieht. Tatsächlich kann ich mein Garnknoll hier gar nicht benutzen. Okay, dann müssen wir wohl spielen. Ich, wie gesagt, kein Fan von diesem Spiel. Aber was muss, das muss. Okay, wir haben den Ball. Ich check das immer nicht so richtig. Ich laufe jetzt erst mal. Dann gucken wir mal, was passiert. Also du kannst hier so eine coole Aktion machen. Zack. Okay. Du, du bist hier lang. Dann können wir nicht so durchziehen irgendwie. Du. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte den anklicken. Pass the ball. An den großen. Und du flankierst den mal. Okay. Weiter geht's. Bin ja gespannt. Ich frage mich auch, ob ich ein Bad End kriege, wenn ich hier verlieren sollte. Oder ob, ja. Ob ich dann einfach nochmal spielen kann. Aber das wird sich dann ja zeigen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Okay. Einmal hier rein. Äh. Du passt gut hier vorne hin. Dein Bewegungsradius ist nicht sehr groß, aber ich packe den mal hier hin. Okay. Dann nehmen wir deine Aktion und halten den erstmal fest für diese Runde. Und das sind diese komischen. Laufbänder. Okay. Das benutze ich erstmal nicht. Ja, ja. Ich sehe schon. Du willst mir meinen Ball klauen. Jipp, jipp. Wie weit kann der werfen? Okay. Okay, das ist ziemlich weit. Dann. Passt das noch? Ach, verdammt. Dann stehe ich genau daneben. Ich wollte mit ihm hier vorgehen. Aber das passt nicht. Aber das passt nicht. Ja, außer ich bewege den natürlich nicht. Okay. Wir gehen erstmal nach vorne. Du blockierst hier einfach ein bisschen. Keine Ahnung. Schubst den weg. Äh. Da hin. Ähm. Dann stehe ich da hier hin. Dann schmeiße ich den Ball schon weiter. Weil der große von dem könnte ja auch wieder zurückgehen. Aber hier könnte mir der Ball auch abgenommen. Ich schmeiße den Ball vom Alter. Weil dann habe ich hier hundertprozentige Sicherheit, dass die hinter ihm stehen. Wenn er hier den Ball weggenommen kriegt, dann ist hier nichts. Also haben wir hier alles offen. Das ist nicht gut. Äh, das ist nicht weit genug. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Genau das habe ich erwartet. Warum bist du so klug? Das war wohl nichts. Okay. Ich bin dran. Ich komme nicht so. Nein, was habe ich getan? Ich wollte das nicht. Aber gedingt. Aber gedingt. Okay. Dann. Lassen wir den ausrutschen. Und du holst den Ball wieder. Das ist ja kein Ball. Das ist ja eine Kugel. Passt das? Ah, damn. Wir haben auf der falschen Seite. Okay, nochmal. Interesting, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, dass das aufgeht. Ich fand mich ein bisschen zu klug, glaube ich. Schauen wir mal, dass das hier einfach zu bleibt, dann kann er da nämlich nicht durchlaufen. Das ist aber keine gute Ausgangslage, mal gucken wie es wird. Okay, nimm mit und geh. Den halten wir hier fest und bleiben auch ein bisschen in der Nähe. Okay. Komme ich damit weit genug? Oh nein. Ja, dann bleiben wir hier jetzt mal so eine Dreierlinie. Das ist knapp. Wie weit kannst du passen? Oh ja, das ist das gut. Dann nehme ich mal den Kollegen. Move. Ich wollte eigentlich noch einen weiter. Das geht glaube ich nicht, weil ich dem ausweichen musste. Dann versuchen wir mal ein bisschen zu verlangsamen. Ach verdammt. Ich habe ja nur eine Aktion. vom Sheet. Okay, egal. Dann gehen wir einfach weiter und weiß nicht, schubsen den einfach weg. So. Du kannst auch noch laufen. Ich glaube, das läuft nicht gut. Ich bin dran. Kann ich hier eine auswählen? Geht das nicht? Geht das jetzt? Ah, was weiß ich? Das ist doch blöd. Dann gehen wir mal wieder zurück. Ah, ich glaube, das ist wirklich nichts. Ja. Dann gehen wir hier. Ah, das war ein Punkt für den. Oh, dieses Spiel macht mich wahnsinnig. Okay. Wir haben den Ball. Du kannst schmeißen bis hier, aber ich mach den einfach mal direkt hier. Ich fand die Idee von dem Gegner gar nicht schlecht, hier über diese Dinger zu laufen. Das ist schon ein bisschen heikler. Warum nicht? Das geht nicht. Einen kann ich noch. Ne, ich stehe zu weit weg. Okay. Du gehst da hin und du gehst da hin. Okay, mehr können wir nicht machen. Toll, wie sie sich jetzt selber im Weg stehen. Aber der macht genau das gleiche wie ich, der KI. Witzig. Okay, du bist am gefährlichsten. Ich würde dich eigentlich gerne... Hab den Fall schon... Egal. Äh, kann ich laufen? Einen Schritt kann ich laufen. Vor und zurück. Okay, das ist nicht so cool. Okay. Weiter. Nein! How dare you? Nö, du bist ja einfach festgefroren. Du musst ja ein bisschen näher kommen, Leute. Kann ich passen. Man kann über diesen Glibber einfach nicht drüber schmissen. Das ist ja... Shit. Ja, ich bin ja festgehalten. Okay. Dann. Mal gucken. Was passiert? Okay. Wie hat der das denn vorhin gemacht? Wieso komme ich denn da nicht raus? Stehen die da einfach nur einen Weg? Bruder. Das ist ja... Das ist ja gemein. Spiel. Warum bist du so? Okay. Wir stellen uns einfach mal den Weg. Und... Pfff. Ja. Ach, ich dachte, der hätte die... Aber was ist denn los? Okay, dann blockiere ich dich einfach. Ich versuch's zumindest. So geht's natürlich auch, ne? So geht's natürlich auch, ne? Falls euch dieses Spiel zu langweilig ist, könnt ihr auch vorspulen. Das ist das Gute daran, dass man das als Video hat. Ich würd den da gerne... Jawohl, geklappt. Okay, 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 okay. Das ist furchtbar. Ich hab noch nie so'n furchtbares Mini-Spiel gespielt. No offense, developer, aber... Da gibt's bessere Sachen. Definitiv. Ah, das hat ja schon die ganze Zeit machen können. Guck mal her, ja. Okay, ich versuch mal mein Glück. Wo schmeiß ich ihn rein? Da. Oh, Mann! Langsam kein Bock mehr. Vor allem, wie's aussieht, muss ich jetzt zweimal gewinnen. Hat ja schon einen Punkt. Wieso kann ich nicht meine Dings benutzen? Ähm, ich geh hier mal kurz raus. Ja. Ja, automatisch ne Niedergabe. Ich kann nicht sagen, ich bin überrascht. Um ehrlich zu sein, kann ich das auch nicht. Ich verlange eine Revanche. Du weißt schon, dass ich dich nur gewinnen lassen kann, um dein Ego zu schonen. What? Du weißt schon, dass ich dich nur gewinnen lassen kann, um zu sparen Ego 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 zu sparen Ego. Oh Gott, ich wusste, dass es nicht gut endet. Ich wusste, dass es einfach nicht endet. Oh, ich bin da, bis ich entscheide, was mit dir zu tun tun. Okay, Nick hat mit Alton nichts zu tun. Lass wenigstens ihn gehen. Der Zauberspruch gehört dir. Allerdings könnte ich dir noch nützlich sein. Aber du kannst Nick erhören. Oh, ich opfer mich, finde ich. Nick hat nichts zu tun mit dem. Nur wenigstens lass ihn gehen. Ich erwartet nicht, dass ich solche Altruhismen von dir, Vincent. Aber du bist hier wegen mir. Also ich gehe nicht. Oh. Well, I guess I'm not as hopeless as you thought I was. You two are very cute. But no, look on the bright side. At least you'll have company. Wait. Oh, oh, oh. Nick schwebt. Kann ja gar nicht durchfallen. Oh, oh, oh. Oh, oh. And here I am, trapped in a cell with no hope of ever getting out. Marvellous. Just marvellous. And the worst part is, I'm all alone. For eternity at that. Just how fast will I go insane? I don't know. Maybe the madness has already begun to fester. Nick. Is that you? Oh, thank goodness. I'm not alone. Yeah, like that's going to make it better. Well, it kind of does. At least there will be someone to talk to for the nearest eternity. We'll get out of here. I'm sure. Ha. Not gonna happen. Unless you have some insane trick up your sleeve. We're never getting out. And we have you to thank for that. Hey. It's not my fault he's an asshole. Right. I know, sorry. I'm just a little stressed at the moment. No big deal. Come on, Nick. Can you both shut up? I'm trying to sleep here. Um, Harold? Is that you? No, it's Alan. Can't you recognize my pretty voice? Of course it's me, you idiots. But what are you doing here? Not much. Sleeping mostly. And if you wonder now, how the hell did I get here? Man, it's a pretty short story. My helicopter crashed into a tree. But not a regular tree, mind you. It was Ernest's favorite tree. Where he came for self-reflection or whatever. Needless to say, the tree is gone. And here I am. Wow. Yeah, wow. And by the way, congratulations. You are now stuck here with me. Forever. Ugh. Forever. Oh no, I can't stay here. I just can't. This is the worst possible turn of events ever. Now I will spend an eternity in confinement, slowly turning into a ghost. What could be worse? A ghost, huh? Then he could easily fly through those bars. I have an idea. I guess you'll never write that novel of yours. Yes, you're right. I will never become the writer I dreamt to be. Why on earth did I ever write my great novel? What was holding me back this whole time? Jetzt ist es zu spät, darüber nachzudenken, du hast deine Chance verpasst. Vielleicht die Angst zuzugeben, dass du nur ein mittelmäßiger Autor bist. Weil du zu sehr damit beschäftigt warst, dich ständig zu beschweren und dein Leben wegzuschmeißen, meinst du nicht? Am... Das Erste. Es ist zu late, jetzt zu denken, du hast deine Chance verpasst. Nein, das kann nicht wahr sein. Ich versuche es zu glauben. Ich fühle mich schrecklich. Oh, wie mache ich es zu stoppen? Das kannst du nicht. Das ist jetzt dein Leben. Entspann dich einfach, Nick. Dein Leben war sowieso die ganze Zeit sinnlos. Selbst jetzt kannst du dich nur selbst beim Entleiden. Erbärmlich. Ich finde das ein bisschen hart, aber ich nehme es mal an. Selbst jetzt, alles, was du tun kannst, ist, dass du dich sorry für dich selbst fühlst. Pathetisch. Das ist unvergültig. Ich kann schon nicht fühlen. Ich kann schon nicht fühlen. Und es ist so cold in hier, ist es nicht? Oder bin ich nur imagining Dinge? Gott, ich habe schon angefangen. Nein, nein, nein! Ich bin, ich bin frei. Ja, es funktioniert. Ich verabschiede meine delicte Natur, wie das. Vincent, du bist ein Geist. Ich weiß. Du wirst uns helfen, oder was? Ich bin schon auf. Mal sehen. Oh, er ist so lustig. Oh mein Gott, Licht. Ich frage mich tatsächlich, ob das so gewollt ist vom Spiel, oder ob man wirklich zwei verschiedene Ausgänge hat, oder hätte ich gewonnen, hätte er mich trotzdem in die Zelle geworfen, weil er einfach nicht einmal klarkommt, dass er verloren hat. Na gut, gucken einfach mal. Ich frage mich, wie viele Menschen hier hier verraten wurden. Wahrscheinlich zu viele. Oh, mit Harrod kann ich auch reden. Okay, gerade nicht. Oh, Nick ist wieder normal. Ah, ich kann gerade nicht mit ihm reden. Okay. Hier ist nichts. Dann gucken wir uns die Hebel mal an. Ja, das richtig. Ich hätte es besser nicht auf das touchen können. Nur in der Fall. Nur in der Fall. Okay, dann gehen wir auf die Hose. Ah, ein Schock. Das sollte nicht ein Problem für dich, Vincent. Right? Let's see. Nope. Great. Let's open this bad boy. I mean, nope. I can't crack this one. Now that I think about it, you haven't cracked many logs during your time here. I guess we're doomed then. Calm down, all right? There must be a key that opens this thing. Well, of course. And you think it's just lying around somewhere, waiting for us to find it. I never said that. Actually. Because guess what? It doesn't. Well. Stop panicking. I'm trying to think here. Oh, goddess. Why did you trap me here with these two idiots? You have something to say, Harold? As a matter of fact, I do. I know where the key is. Hallelujah. Why didn't you tell us sooner? I tried, but... Ah, whatever. So, where's the key? A guard was stupid enough to drop the key into one of those cracks. I, uh, I hope you know how to get it out. I have an idea. We'll make a magnetic fishing rod and draw the key to the surface. Easy. But you, idiots, will have to find all the parts. I'll need a magnet, a long stick, and a twine. What if I can't find any of those? If the three of us are meant to get out of here today, the goddess will surely help. You just have to believe. Oh, boy. Alright, a magnet, a stick, and a twine. Beatrice, you better help me with that. Oh, boy. Ja, that would schon. Raton. Raton. I wonder if that rat can help us. We can always say, uh, quatschen. Um, excuse me? Consider yourself excused. How can I help you? I'm looking for a magnet. Maybe you've seen one? Well, you're in luck. I happen to have one myself. Oh, my gosh. Can I borrow it? Oh, no. Of course. But you can exchange it. Okay. What do you want? A bottle of nice red wine, please. You got yourself a deal. You got yourself a deal. Schön. How cool does it look like this? Ah, okay. Wir können noch eine hochfahren. Okay, um. Oh, falsch. Hier müssen wir raus. Erstmal gucke ich mich hier noch alles an. I think I can actually see a key down there. Ah, herrlich. Take your time. That key isn't going anywhere. And neither are we. Haha. Das ist ein schlechter Scherz. Okay. Our way out of here. I hope. Okay. Jetzt macht er nochmal das gleiche. Was sagt Nick? Nichts. Aber hier haben wir einen Faden. Hope it's sturdy enough. Why do I feel like there's something behind that poster? Vielleicht, weil das so ist. Hinweis. Okay, so I need to put the scales in a certain position. But what's going to happen? Das werden wir gleich rausfinden. Was haben wir hier getragen? I see why pigeons are drawn here. Okay. Noch ein bisschen mit. Das ist die Waage. Could Ernest be a Libra? I bet he could. Ey, ich bin auch Waage. Could Ernest be a Libra? I bet he could. Keine blöden Witze über Wagen. Das war alles das gleiche. Alles, Jan, klicke. Oh, Tau. Hello again. Sorry, I threw a rock at you last time. Oh, und ist der Wagen. Cool. Looks like a nice bottle. Dann nehmen wir den mal mit. Und hier riesiges Wagenfass. There could be so much wine in that barrel. Wahrscheinlich. Okay, dann, ähm, keine Ahnung. Ziehen wir die mal runter? Ich hab das Gefühl, da muss ein Meer rein. I need to put something there. Ach so, war schon alles weg. Okay. Nehmen wir noch mal Neues. Und nochmal. Vielleicht kommen ja mehr... Vielleicht kommen ja mehr Tauben. Sorry. Kommt alle her. Ergötzt euch an den Betreide. Ergötzt ist nicht das richtige Wort. Genießt es. Oh, ein Geheimgang. Wie schön. Ist das Elvis? What the hell? Was macht der denn hier? Gute Frage. Prisoner's Vinyl Records. Das auch. Ja, Elvis. So, Ernest is an Elvis-Fanboy. Nice. Nice. Stock. Ja, wir brauchen einen Stock. Well, that looks like a good stick. Ja, nehmen wir den nochmal mit. Hm, that could work. In der Hoffnung, dass er nicht gleich umfällt. Lockpicks. Ich will definitiv need those. Ja, natürlich auch mit. Und hier haben wir einen Schallplatten. Not the best way to store vinyl, pal. Schallplatten. Schallplatten. Und hier haben wir einen Magneten. Typisch trauschbeschaffter. Fancy indeed. The magnet is yours. Gut, dann haben wir einen Magneten. I actually got a magnet. Wow. Maybe Harold has a point. Dann haben wir einen Magneten. Äh, einen Faden und den Stock. Okay, dann... Ich quatsch hier mal an. Ich weiß nicht, ob man das mal bedienen kann. Ja, give me a second. Ah, okay. Er kombiniert für mich. Mit so einer Erfinderbrille. Oh, Gott. Simple as that. Eine Angelrute. Okay, cool. Dann... Angeln wir mal. Perfekt. Ich find's toll, dass er hier eingesperrt ist und einfach seine Tools dabei hat, während Vincent alles genommen wurde. Ich mein... Ich hab definitiv noch ein Gacknäuble. Okay, dann... Auf geht's. Nach oben. Shit. What? Did you forget your favorite lockpick down there? No. I just realized that we lost all the pieces of the spell. Oh, das ist all. We did do that. Turns out it was all for nothing. No, Vincent. I assure you, it was not. You'll see. Unscientific as it may be. I'm inclined to sign with the ghost. Now is not the time to give up. If only I could share your optimism. Wäre zu leicht. Is that Ernest's study? My oh my. The dude is fancy. What are the chances he hid the spell somewhere in here? High enough, I'd say. But where? Gentlemen, today is your lucky day. Doesn't feel like it so far. What's going to do? You see? I know where he might be keeping the spell. Ernest has a safe. Where he keeps all the important stuff. What's going to do? If the spell is in this room, it's going to be there. How do you know about the safe? Me? Why? I made it. Here, look. It's really practical. Maybe you even know how to open it. Of course I do. Don't think. I have forgotten your help at the junkyard. Quit pro quo, as they say. I will open it for you. Thank you, Harold. Your actions didn't matter after all. I think today is our lucky day indeed. All seven pieces. Reunited at last. And all thanks to me! Now we just have to get out of here unnoticed. Well, here's an idea. The window. Yeah, right. Yeah, right. Wait, what? Okay, bye. So, this is it. We have all seven pieces of the spell. The question is, what are we going to do with them? Also, ich muss ja sagen, hätte ich mich am Anfang wahrscheinlich blöder angestellt, was heißt blöder, vielleicht direkt auf die Bad-Guy-Schiene gegangen, dann hätte er mich vielleicht jetzt nicht geholfen und ich hätte den Tresor wahrscheinlich selbst aufknacken müssen. Umso besser. Now Harold is my friend. Okay, dann gucken wir, was jetzt noch passiert. Die Frage ist, was wir nun mit Ihnen machen. Wie meinst du das? Lasst uns die Hexe beschwören. Ich glaube, ich will gar nicht mehr weg aus Whateverland. Naja, komm, wir beschwören sie. Was meinst du? Lass uns die Hexe beschwören. Ja, ich kann nicht glauben, dass es endlich passiert. Come from Beatrice, zeig dich. On the first day, they tear down her tightly shut door. Not a single soul cares for her no more. On the second day, fires come dancing alive. To the cheers of a mad and belligerent hive. On the third day, the maiden, skin burning pitch black. Drops a scream from her lips that shall never get back. On the fourth day, faint whispers start gliding in the ash, as it rises above, like a spell gently hushed. On the fifth day, forsaken, her soul gently quivers. Sets a flicker of hope among mindless believers. On the sixth day, their world is destroyed for dishunger. Turn apart in the name of the reverend Warner. On the seventh day, lulled by a mystical voice, she should walk into traps and stay there by choice. On the eighth day, the trapped fools will spell their own end. On the ninth day, at last, she shall fully ascend. Show yourself, crimson witch, in the midst of the night. Guide you, will the elusive right hand of the light. There she is! Oh my god! What? What?! Als ob sie das auffällt, das ist doch ihre Welt. Okay. Wie denn das? Das war nicht absichtlich. Schön, dass du das bemerkt hast. Mir ist gerade was aufgefallen an ihrem Design. Ich meine, unabhängig von diesen leuchtengrünen Augen, fast wie die Katze übrigens, an ihrem Hut hängt ein Herz. Das ist gewagt. Aber gut. Wer kann, der kann, ne? Okay. Ich habe mich gerade an Nicks Warnung erinnert. Es war schön, zur Abwechslung mal den Menschen zu helfen. Das Richtige ist ein ziemlich dehnbarer Begriff, weißt du? Ich nehme mal das. Ich habe nicht vergessen, dass ich über dich vergessen habe. Forgotten me? Oh, never. Ich sehe, dass du endlich geschafft hast, die Terms unserer kleinen Agreement zu verabschiedenst. Das ist das Marvellous. Wait, was? Was ist sie gesagt, Nick? Was? Ich habe nicht ganz ehrlich gesagt, mit dir, Vincent. Ich habe nie erzählt, wie ich hier in Warteveland habe. Sie sehen, es passiert, als ich war am lowestem Punkt. Ich konnte nicht schreiben, konnte nicht denken. Es war nicht so, wie命 war nicht so, wie命 war nicht so. Also, ich kam zu der Kult. Und das ist wie ich mit Beatrius. Sie sagte, dass sie mich zu einem Platz, mit den meisten Unusualen Menschen in der Welt. All kinds of bastards, wretched souls, outcasts, and just good old freaks. I was ecstatic. A place like this could reignite my lust for life, for rioting. But Beatrice had one condition. What was it? I had to find someone who would want to get out of Warteveland. But that doesn't make any sense. Doesn't everybody want to leave? Oh, Vincent. Have you not talked to the people? Have you not heard how afraid they are of ever leaving? Sie wissen aber doch gar nicht, dass es überhaupt einen Ausweg gibt. Wenn ich so darüber nachdenke, scheinen viele von Ihnen hier glücklich zu sein. Ich verstehe das alles nicht. Nein, nimm mal das Erste. Sie wissen einfach nicht, dass es eine Weg gibt. Jeder weiß, dass die Existenz des Spells ist. Jeder könnte das gleiche, was du getan hast. Aber hat jemand es bis zum Ende gemacht? Wenn ich diese Welt kreate, dachte ich, es wäre eine Präzion geworden. Where the vilest of humans would suffer forever, longing for their freedom. But I was too naive. It turned out that for most of them, getting into whatever land was more of a blessing than a curse. Their former reality terrified them so much that the prospect of living an eternal life in captivity was bliss. So they adapted, as all humans do. Contentment triumphed over freedom. And if whatever land was ever a prison, then only the most beloved one. So nobody even tried to get out. But then you came along. And you finally found the perfect guinea pig. Isn't that right, Nick? Ouch. No need to be so judgmental. You were lying to me this whole time. I think I deserve to be a little bit judgmental. Of course you do. But believe me when I say I never meant to hurt you. I just couldn't tell the truth, even if I wanted to. I'm sure you would have done the same in my place. I guess you're right. I would. I know we're not exactly best friends, but it's not like I hate you, Vincent. Not at all. Can you boys please get this over with? Sure. There's not much else to discuss here anyway. But I'd be glad if you could forgive me, Vincent. Ja, und jetzt fühle ich mich auch nicht mehr ganz so schlecht, dass ich Nick immer wieder Seitenhiebe verpasst habe. Ich weine, dass... Aber gut. Es kann ja nicht immer ohne irgendwelche Bedingungen oder Sidekicks, die irgendwas dann noch haben oder die zum Bösen werden, was weiß ich. Ja, okay. Ich mag ihn trotzdem. Gut, ich vergebe dir oder ich glaube nicht, dass das zu diesem Zeitpunkt unmöglich ist. Ja, komm, wir sind mal nett. Fine, you're forgiven. Good thing that's settled. This is all very cute. But how about we go back to the matter at hand? Yeah, we'll figure it out later. We sure will. Very well. Since no one else has any questions, I guess I'll be the one to do the asking. So, Vincent, what is it you want from me? Warte, so einfach ist das? Ich möchte, dass du mich zurück in die reale Welt schickst. Eigentlich gefällt es mir hier ganz gut. Ich möchte in Whateverland bleiben. Warte, so einfach ist das? Wait, it's that simple? Yes. And why not? Not only did you find all the pieces of the spell, but you also managed to surprise me. And that doesn't happen a lot lately. So there's no reason for me to torment you any longer. Okay. Also wir haben jetzt die choice, entweder hier zu bleiben oder zu gehen. Und ich wähle den Weg in die reale Welt. I want you to send me back to the real world. Ah, so it's reality you choose once again. I shall do as you ask. What about you, my dear friend? Do you wish to leave Whateverland forever, now that you've fulfilled your part of our little arrangement? I think I'm going to stay here for a while longer. After all, reality is probably very different from what I remember. I'm not sure I belong there anymore. It's settled then. And Vincent, before we part ways, I want you to remember something. You might think that the journey has ended, but it's only just begun. So stay vigilant wherever it leads you. Thank you, Beatrice. Until we meet again, Vincent. Oh, and somebody please wake poor Harold up. I might have a job for him. Stimmt, das ist ja auch noch da. And just like that, our journey has come to an end. Believe it or not, whatever land has changed the great day. Deal during this time. For Vincent's help didn't go unnoticed by its people. It seems Van realized that his relationship with Zachary is not going to repair itself. He even promised to get off the couch. Or at least give it a try. Rose and Lily were able to put their differences aside and become a family once again. Do I need to say who is the happiest about it? Sylvia finished her novel after all. However, so far she's not letting anyone read it. Well, maybe that's for the best. Umaru-san had finally satisfied her age-old hunger and was now a little less unbearable than before. Clearly, she's making progress. With the radio working again, Ellen's zest for life has been reignited. You can now hear her voice wherever you go in the city. Equally delightful and annoying as it is. Louis and Fira gave in to their feelings. And now they are learning to speak each other's language. Although the universal language of love seems to be more than enough for them. With his memories back, Francois could finally embrace his past and face the future. He returned to the band and now plays with them every night at the jazz club. Looks like he even has fans. Now that Ernest's plan had failed miserably and he was turned into a helpless skull, his influence in town had greatly decreased. Some Whateverlanders are still afraid of his gang, but most merely laugh as they look at him now. Well, every dictatorship is bound to fall. You can trust me on that one. Oh, and Harold's dream did come true after all. He became Beatrice's assistant, though it's not clear what the witch needed him for. Maybe she just wanted to make him a little happier. One can never know with her. In the end, I realized I've grown attached to Whateverland, so there was no point in leaving. Vincent, on the other hand, returned to his old life. Or at least he thought he did. What does that mean? Schön, schönes Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Guest. Ich muss sagen, ich glaube, das ist ein recht gutes Ende so von generell gesehen, also mehr so ich war der good guy, ich habe allen ihre Wünsche erfüllt, ich habe eigentlich dadurch auch, naja, okay, nicht alle, aber fast alle Rätsel machen müssen, weil man konnte ja an einer Stelle auch zum Beispiel einfach nur stehlen. Oder Van, der auf der Couch rumliegt, den konnte man ja auch vergiften, schätze ich. Also das ist zumindest das, was mir von der Ratte auf ein Dach rübergekommen ist. Und sonst, ich meine, vielleicht hätte ich, wenn ich in Whateverland geblieben wäre, hätte ich ja, keine Ahnung, Forever mit Nick abhängen können. Das weiß ich. Das wäre bestimmt auch interessant gewesen. Ja, aber so hatte doch eigentlich jeder sein Happy End. Ja, hat mir gut gefallen. Schönes Spiel, schönes Point and Click. Kann ich sehr empfehlen, jetzt nachdem ich es einmal durchgespielt habe. überlege auch noch, ob ich es eventuell dann nochmal für die andere Route spiele, aber wahrscheinlich nicht in absehbarer Zeit. Das wird sich dann zeigen. Aber vielleicht dann auch nicht als Let's Play, weil ich kenne das Spiel jetzt ja schon, aber vielleicht als Long Play, also dass ich einfach nur durchspiele und eben diese andere Route gehe. Das gucken wir mal. Alles Zukunftsmusik, aber es freut mich, wenn ihr bis hierhin dabei wart, wenn ihr es durchgeguckt habt, wie auch immer. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht, das zu spielen und ich freue mich dann schon, wenn ich mit meinen nächsten Let's Plays weitermache. Und ja, danke. Lasst mir gerne ein Like da. Ihr könnt mir auch gerne folgen beziehungsweise mich abonnieren, wie das also auf YouTube abgeht, ne? Also, ja, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Dann, danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao.